In welchem Loch ist Wasser und in welchem ist ein Lapisblock? Schreibt das mal in die Kommentare, ich lasse das jetzt Spieler machen. Und wenn sie treffen, gibt's 5 Millionen. Das ist schon wirklich hoch, das ist auch ein schwerer Sprung, man kann auch leicht daneben springen. Pupsi ist der erste, nur der ist leider ein Scammer. Er springt einfach zu früh. Ich sag ihm, er soll warten und er springt einfach trotzdem. Das ist er zumindest hier verreckt. Ja, zum Glück, der scammt eh weg mit dem. Toni ist der Nächste. Nein, Toni, hier ist das Loch nicht, die sind doch hier, guck hier runter. Aber noch nicht springen, erst wenn ich los sage. Und ab jetzt geht's los. Er nimmt das Diamantloch, er springt und wird er das Loch treffen? Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Voll daneben, Bruder. Der ist einfach reingelaufen und das ist trotzdem das falsche Loch. Hau ab hier, hau ab, du hast voll verkackt. Bald machen wir das nochmal.